hallo und willkommen zurück mal wieder zu einem kleinen vlog hier auf meinem kanal nur kurzes statement wie es jetzt momentan vorangeht qualität hier in der wohnung ihr werdet sicherlich mitbekommen es wird unregelmäßig jetzt fortnight videos und gottes willen so unregelmäßig fortnight videos und hausflipper was auch immer an videos geben und wenn ihr vom haus wird gebaut kann ich euch gerne zeigen also ja man sieht jetzt momentan hört man es noch nicht weil wir es gerade eben da sieht man es nein sieht man nicht dann gucken wir aufs handy wir haben das gerade 7 uhr 41 in der früh und was soll ich sagen ich nehme ja mal vormittags die zeit der fortnight videos hausflipper hausparty alle singleplayer projekte und ja da draußen das problem die ganzen nebengeräusche möchte ich nicht mit drin haben das ist im übrigen meine dochter ist heute zu hause die ganzen nebengeräusche möchte ich nicht mit drin haben deswegen wird es unregelmäßig kommen weil abends bin ich bei anderen projekten online ja da zocke ich mit meinen leuten mach aber auch noch so andere sachen abends die ich so am tag nicht machen kann und es nervt mich selber ich weiß nicht wie lange der scheiß da draußen jetzt noch geht ich habe wortwörtlich auch schon mal durchs fenster durchgebrüht weil ich war gerade mit in der aufnahme die fangen mit den großen maschinen an und gott alles wegschmeißen da muss man sie macht vorsichtig man sieht meine doch das zu hause sag mal hallo laura sag mal hallo nein ja es ist es fuckt mich selber ab abends habe ich wenigstens ruhe wenn ich projekte aufnehme wo mehrere mit online sind oder wenn ich einfach mal eine runde abzocke mit den verrückten ja ich versuche mich durchzusetzen dass ich vielleicht doch ab und an mal eine folge aufnehmen kann und wenn es halt dann um 23 24 uhr in der nacht ist dann wird das halt gemacht und ja ich weiß gar nicht was ich noch großartig dazu sagen soll es kotzt mich an es fuckt mich ab außerdem warum fängt man im november mit scheiße an wo der boden schon fast gefriert und hab dann hier gesehen und ja das ist ne scheiße Aktion sollst du es im Sommer machen da haben sie es auch warm da draußen und der Boden ist locker ja ich krieg jetzt auch gleich noch Besuch von meiner Ex-Frau müssen wir ein bisschen was wegen den Kindern klären und ich denke mal 4 Minuten mit Intro-Auto das Video 5 Minuten geben reicht aus als kleine Info äh was soll ich noch sagen man hört bestimmt die Nebengeräusche mittlerweile das ist scheiße es kotzt mich an ich hab so ne Hals deswegen zock ich momentan Offscreen äh sieht man jetzt nicht Fortnite ich bin dabei äh die nächsten Projekte zu planen wo wieder mehrere Mitspieler mitmachen können dürfen wollen wie auch immer alles dazu gibt es bei mir auf Discord wie immer Link zum Discord in der Videobeschreibung und ich werde jetzt das Video schneiden, rendern und hochladen und dann vielleicht schon mal bei einer Tochter beziehungsweise schauen was wir heute essen ja macht's gut geniet diesen beschissenen Tag denn es sieht mir so bei einer Regen aus es hat schon geregnet und macht's besser als ich